ja erstaunt wie lange das jetzt noch gegen also damit habe ich nicht gerechnet das kam mir schon fast irgendwie vor irgendwie zwei streams oh mein gott anschein damit wir uns jetzt noch über eilen oh mein gott das war jetzt nicht so schlau was ich gemacht habe das war dafür end ist einer und hier sind noch mehr fässer zum stören aber hier sind auch noch viele krieger gerade jetzt dürfen hier nicht mehr so viele sein ich habe mal ein bisschen packen habe ich noch hat ihn getroffen ganz so nein habe ich aber stiegen ich kann das anschießen um abzufuckern das wäre neun Weg mit dir. Willst du da die Nippen? Also wir haben uns durch die ganzen Untoten gemetzelt. Eigentlich hätten wir einfach warten können, bis die Idioten von oben dahin kommen. Die Fähigkeitspunkte. Ich weiß es nicht wofür. Oh, Schrotfliege. Was machen wir? Machen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Ist egal. Schrotflinte können wir verbessern anscheinend. Sturmgewehr können wir aber verbessern. Bisschen mehr Stabilität. Fertig aus. Das fand ich gut. Okay. Der Sprung geht natürlich. Ähm. Da müssen wir hoch. Ja, ach da lang. Da müssen wir hoch. Irgendwo schießt immer noch ein Katapult auf uns, da ist jetzt immer noch ein Katapult, hier ist Trinity, ist alles hier. Man hört es zum Beispiel. Aber wir haben jetzt vor, wir versuchen hochzukommen. Turm. Egal wie groß das Kampfgeschrei neben uns ist. Ich weiß es gar nicht. Okay, das war eigentlich zu spät. Da habe ich vorher nicht geguckt, ob wir da einen Pfeil hinkaufen müssen. Glück gehabt gerade, das ist auch so. Da habe ich ein Pfeil. Da habe ich, ähm, ja. Glück gehabt. Äh, äh, äh. Äh, äh. Wie komme ich denn da hin? Mit zum Teufel komme ich jetzt hier rüber. Na vielleicht. Auf geht's. Uiuiui. Schnell hier raus. Ach okay, hier geht's weiter. Ich dachte erst, wir müssen warten, bis das, äh, bis das Tor durchgeballert wird vom Katapult, das ja auf uns versucht zu schießen. Dass wir da dann einfach weggehen müssen. Eine Idee gewesen. Nur auch noch klettern. Interessant eben ist, dass wir jetzt zwar Kampfgeräusche die ganze Zeit hören, aber keine Gegner mehr sehen. Also weder Triniti noch die derplischen sehen wir gerade, die ja gar nicht so derplischen sind. Spitze des Turms haben wir bald auch erreicht. Langsam. Oh nein. Nein, nein, nein. Viele Katapulte hier noch schließen. Ich meine, wir haben ja schon einen, der eben zerstört wurde. Und da sind ganz viele Gegner. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Wie viele sind das da unten? Wie viele Gegner sind das da unten, bitte? Okay, wir müssen auch hier hoch. Die Gegner fallen alle runter, das ist ja nice. Da waren wir zu langsam. Da hab ich gepennt. Da hab ich ganz einfach gepennt. Aber wie viel in den Spielern. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber hier können wir hochgehen. Wir werden beschlossen. Wir werden beschlossen. Okay, Lara. Richtig. Das war richtig endgerade. Das war mega. Und lass ihn feiern los. Sliver. Sliver. Kick ihn weg. Alter, da hab ich ja oft gebraucht. Also, der hat wie viel Schuss überlebt? Also, ich meine, ich hab auch die Ruf-Nords zum Großteil gebraucht, aber trotzdem getroffen. Können wir die nicht jetzt alle auf einmal töten? Danke sehr. Danke sehr. Das war sehr lieb von dir. Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jedem verbrauchen. Alter, ab nichts besseres zu tun, als... Ich weiß, ich verstehe es nicht. Ja, die haben scheiß Idioten da gekämpft, die ja wohl viel, viel gefährlicher sind als ich. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, warum sie sich nicht heilt. Okay. Ich verstehe nicht, warum sie sich nicht heilt. Toll jetzt. Ist echt gut weggefetzt. Ja, das ist jetzt aber... Aber wir können noch ein paar Pfeile machen, sehr gut. Okay. Du bist da schutzlos! Ich muss weitermachen! Ich bin anderen! Ich muss da durch! Was ist das? Das wäre relativ gut gewesen. Noch einer, glaube ich. Okay, die geben alles, was ich gebrauchen kann, was sehr schade ist. Der nächste Gegner besteht. Das war's! Scheiße! Wir machen mal ganz kurz eine Unterbrechung. Ne, machen wir doch nicht. Ich bin eigentlich... Äh... ...und dann nicht nur noch. Ich weiß nicht, dass ich den Weg in die Hände schwith. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht so schlimm. Was ist das? fuck 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 das kann doch nicht sein wie viel sind das denn okay ich muss ja